Hi, ich bin Anton von ABC Design und ich zeige dir unseren praktischen Schattenspender Sunny mit UV-Schutz 50+. Im Lieferumfang enthalten sind ein Sonnenschirm Sunny, eine Befestigung für ABC Design Klicksysteme und eine Universalbefestigung für runde und ovale Gestelle. Um den Sonnenschirm Sunny anzubringen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt die ABC Design Universal Fix Halterung oder du nutzt die im Lieferumfang enthaltene Universalbefestigung für runde und ovale Gestelle. Die Montage des Sunnys mit dem ABC Design Universal Fix ist ganz einfach. Und zwar hast du hier am Ende deines Sunnys einen Clipper. Da bringst du dann deine Universal Fix Befestigung an und mit einem Klick und einmal zuschrauben ist der Sunny startklar. Du kannst den Winkel deiner Universalbefestigung anpassen, indem du hier die Schraube löst, die Drehverstellung nutzt und die Schraube wieder anziehst. Ganz einfach und ohne Werkzeug. Du kannst den Sonnenschirm Sunny direkt am Schieber deines Kinderwagens benutzen oder am Sitz. Mit der Universalbefestigung hast du noch mehr Möglichkeiten, deinen Sunny anzubringen. Zuerst dranstecken. Die Schraube lösen. Zur gewünschten Stelle gehen. Reinschieben. Die Schraube festdrehen. Wie bei der ABC Design Universal Fix Halterung habt ihr mit der separaten Schraube die Möglichkeit, den Winkel der Universalbefestigung anzupassen. Und schon seid ihr startklar. Und hier zeige ich euch, wie ihr den Sunny aufmacht. Einfach hochschieben, bis es einrastet und fertig. Um den Sunny zu schließen, betätigt ihr hier diesen Knopf und fächert ihn zusammen. Dank der beiden Möglichkeiten, den Sonnenschirm anzubringen, ist er nahezu überall kompatibel. Durch die beiden praktischen 360 Grad Knickgelenke verstellst du den Winkel und die Position des Sonnenschirms ganz einfach. So schützt du deinen Schatz davor, geblendet zu werden, egal wo du den Sunny angebracht hast und unabhängig vom Einfallswinkel der Sonne. Dafür gibt es den Sonnenschirm Sunny. Der zertifizierte UV50 Plus Stoff filtert die gefährlichen UV-Strahlen heraus. Damit ist dein Kind optimal geschützt. Gleichzeitig spendet er großzügig Schatten, was für eine angenehme Temperatur im Kinderwagen sorgt. Auch wenn das Wetter umschwingt, bleibt die Stimmung sonnig, denn durch den wasserabweisenden Stoff könnt ihr leichtes Schauer und Sommerregen trocken überstehen. Hier seht ihr den Lotus-Effekt. Damit du die Sonne gemeinsam mit deinem Kind auf Ausflügen genießen kannst, braucht es besonderen Sonnenschutz. Gerade für die Kleinsten von uns ist das besonders wichtig, weil sie eine empfindliche Haut haben. Der Sonnenschirm Sunny ist ideal für kleine Entdecker, denn auch wenn du das Sonnensegel deines Kinderwagens eingeklappt hast, hat dein Kind genug Schatten und kann die Umwelt um ihn herum beobachten.